Im Kerngebiet des traditionellen Anbaugebietes der Abruzzen findet man die Tenuta Ulyssée. Neben den traditionellen Weinen werden bei Ulyssée unter dem Label Sonio di Ulyssée auch moderne Weine gekeltert. Dieser Rosse zum Beispiel, der aus Sangiovese und Cabernet Sauvignon erzeugt wurde. Er zeigt eine dichte Frucht, viel Würze und erdige Aromen. Dazu ist er vollmundig, saftig, samtig und hat südherländisches Temperament.